Also Projekt 72 Manners fand ich passend für die Ausstellung Draft. Also zum ersten Mal nach drei Jahren zeigen sich die Architekten vom Künstlerhaus bereit, ein paar ihre Werke zu zeigen. Projekt ist eigentlich eine außergewöhnliche Auseinandersetzung mit Tusch, Aquarellen, Skizzieren, Schrift. Eine von meinen vielen Aufenthalten in China entstanden für ein Dorf. Eine Art Akademie für vernakulare Architektur, wo eine Kombination zwischen Gebäude, Skywalk und Zugang vom Dorf zu Wasser, zu einem riesen Staudamm, Lake, also See, in einem vereint. Also Projekt lässt sich so einfach beschreiben in seiner Komplexität, daher auch die Präsentation, ein Medley aus Fotografien, Modellfotos, Skizzen. Alles das, was zu einem simultanen Umgang mit einer Idee und ihrer Geburt durch diesen Draft, durch diese Skizze notwendig ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017